Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben, an unserem Webinar Funktionale Sicherheit und IT-Sicherheit Grundsätze nicht nur in der Eisenbahnautomatisierung teilzunehmen. Ich begrüße dazu heute unseren Referenten, Herrn Prof. Dr. Brabant von Siemens. Er ist auch Experte bei DKE für das Thema Funktionale Sicherheit. Guten Tag, Herr Brabant. Ja, schönen guten Morgen. Herr Brabant kommt von der Siemens Mobility GmbH und befasst sich dort unter anderem mit dem spannenden Themenkomplex IT-Sicherheit und funktionaler Sicherheit. Außerdem hat er auch noch eine Professur an der TU Braunschweig beim Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung. Noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Holger Lange und werde heute der Moderator sein. Ich bin selbst Mitarbeiter seit Ende 2018 bei der DKE und dort für die Themen funktionale Sicherheit, Engineering und Obsistenzmanagement zuständig. und ich werde Sie durch die Veranstaltung führen. Und ich übergebe das Wort an Prof. Brabant. Ja, schönen guten Morgen an die Teilnehmer. Ich habe schon gesehen, da ist ja eine richtige Expertenschaft versammelt. Ich glaube, ich brauche den Vortrag gar nicht zu halten. Ich sehe ja auch einige Gremienmitarbeiter da und ich freue mich, dass ich endlich mal einen Vortrag halten kann und dass mir widersprochen wird. Aber ich bitte darum, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, einfach über die Chatfunktion. Wir können das jederzeit unterbrechen oder einschieben und auch am Ende wird noch ausreichend Zeit sein für Fragen. Also, ich halte den Vortrag auf Deutsch. Firmensprache ist Englisch. Das ist aus Blick der Eisenbahnautomatisierung jetzt alles gesehen. Deswegen habe ich meinen Vortrag so strukturiert. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz, was Eisenbahnautomatisierung eigentlich macht. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich erzähle ein paar Storys darum herum. Meine Erfahrung ist, dass bei den Studenten immer mehr die Storys hängen bleiben als die Inhalte. Mal sehen, wie es hier ist. Dann gehe ich darauf ein, was eigentlich das Problem ist. Und dann gehe ich mal auf acht, möglicherweise nicht ganz vollständige, aber Safety und Security Prinzipien ein. Die wir teilweise intern, aber teilweise auch im DKE oder anderswo erarbeitet haben. Das wird mit einer ganz kurzen Zusammenfassung halt enden. Also, jetzt kurz, was machen wir als Siemens Mobility Management? Also, wir sind sozusagen Dienstleister für alles, was spurgebundenen Verkehr angeht. Das stimmt nicht ganz. Wir machen auch beim Straßenverkehr noch das infrastrukturseitige Verkehrsmanagement. Das muss ich immer noch dabei sagen. Aber von Zügen, U-Bahn, Leit- und Sicherungstechnik unterstützen wir hier alles. Und, wie gesagt, kurze Werbeeinschiebung. Wir sind sehr international aufgestellt. Also, was ich sage, ist auch international abgestimmt mit den entsprechenden Partnern. Wir sind 13.000 Mitarbeiter weltweit. Hier können Sie kurz die Standorte sehen. Und wir wachsen noch stark, als kleiner Hinweis. Ja, gucken wir uns das Portfolio mal an. Was eben jetzt ein sehr breites Portfolio ist in der Eisenbahnautomatisierung. Da gibt es große Wettbewerber, die haben genau dasselbe Portfolio. Es gibt kleinere Anbieter, die haben eben nur einen Teil davon. Man kann das grob sagen, es gliedert sich in den Fernverkehr. Also, hier in Deutschland DB. Große Betreiber, große Netze, landesweite Netze. Und dann, was wir Mars-Transit nennen, das sind U-Bahnen. Ich meine, heute der Standard, zum Beispiel die automatisch fahrerlose U-Bahn. Und dann Fracht- und Güterverkehr. Und da gucken wir uns jetzt mal zur Einführung, um uns mal dran zu gewöhnen an diese Welt. Gucken wir uns mal den Use Case Mars-Transit an. Das heißt, hier mal wesentlichen als U-Bahn oder Straßenbahn dargestellt. Das läuft heute so ab, dass wirklich die Standardanwendung, der Standardfall, die fahrerlose U-Bahn ist. Wenn also U-Bahnen neu gebaut werden sollen. Also, ich glaube, die meisten Kunden denken bei neuen U-Bahnen auch gar nichts anderes mehr nach. Da wird in der Regel CBTC, Communication Based Train Control, eingesetzt. Das heißt, die U-Bahn wird sozusagen ferngesteuert über Funk. Da kommen die unterschiedlichsten Funksysteme zum Einsatz. Bei uns ist das Standard-Funksystem WLAN. Ganz normales WLAN im 2,4 oder 5,9 Gigahertz Bereich. Und da braucht man jetzt gar nicht viel Fantasie zu entwickeln. Dass man dann natürlich neben funktionalen Sicherheitsthemen auch sofort IT-Security-Probleme haben kann. Vielleicht kennen einige den Crack-Hack vom vergangenen Jahr, wo einfach mal das WPA2-Protokoll des normalen WLANs gebrochen wurde. Und zum Glück setzen wir das hier nicht ein. Sonst hätten wir da auch möglicherweise ein Problem gehabt. Aber natürlich sind wir auch im Fokus von Leuten, die sich mit IT-Security beschäftigen. Und das ist jetzt schon, müsste ich jetzt lügen, zwei, drei Jahre her. Da gab es mal zur Primetime, 9 Uhr abends im Report in München, eine Story, dass die einzige fahrerlose U-Bahn Deutschlands in Nürnberg gehackt werden könnte. Da gab es wirklich einen 10-Minuten-Beitrag. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, am nächsten Tag, die Tageszeitungen waren voll, die entsprechenden Internet-Kommentare waren da. Und es gab sehr schnelle Kontakte mit dem Kunden, mit den Aufsichtsbehörden und so weiter. Ja, das wäre natürlich sozusagen der größte anzunehmende Unfall, wenn eine automatisch fahrende U-Bahn wirklich gehackt worden wäre. Aber was jetzt wirklich passiert ist, ist, dass sich jemand, ein Hacker, bei eBay eine Simatik gekauft hat von Siemens. Das kann man ja einfach. Hat sich da ein System programmiert, was für ein Laien aussieht, wie eine automatisch fahrende U-Bahn von Siemens. Jetzt hier ein paar Screenshots. Und hat damit suggeriert, er könnte ein solches System übernehmen. Aber das war weit davon entfernt, was er gezeigt hatte. Er hat eigentlich nur sein eigenes System übernommen. Und das Fernsehen ist darauf reingefallen. Ja, aber Sie können sich natürlich vorstellen, allein an dem Medienecho und an, sagen wir mal, auch dem Gefahrenpotenzial, was dahinter steckt, waren viele Kunden natürlich hellwach. Wir hatten da kein Problem. Unsere Systeme waren damals schon entsprechend gehärtet, dass zumindest dieser Angriff hier hätte nicht erfolgreich sein können. Aber Sie können sich vorstellen, was das so im Markt und auch so für die Firma ausmacht. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal, vielleicht nicht intensiv, ein paar Storys, die zu ähnlicher Zeit da rumliefen. Wir haben derselbe Hacker oder dieselbe Firma, die Firma wird von Coramis gekauft, hat das System dann genommen von diesem Hacker, hat es als Honeypot aufgestellt und hatte 2,7 Millionen Zugriffe innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen waren das. Wobei man sagen muss, es waren wahrscheinlich zehn Ernsthafte. Aber das System war komplett ungesichert. Naja, ähnliche Storys gab es zur Primetime beim BBC. Da das europäische Zugbeeinflusssystem, ein über GSM geführtes, funkbasisches Flugbeinflusssystem, wurde da auch in den Hauptnachrichten als unsicher dargestellt, im Sinne von Insecure. Das hat in Großbritannien auch eine große Aufmerksamkeit bekommen. Wobei der Professor, der das da lanciert hat, musste ganz stark zurückrudern. Und naja, was übergeblieben ist, dass vielleicht die Rechner anfällig gegenüber Malware gewesen sind. Aber auch im Markt ein sehr großer Eindruck. Natürlich dann andere Storys. Unsere Kunden wollen natürlich 24-7 auf ihre Anlagen zugreifen, um Predictive Maintenance zu machen. Unsere Kunden möchten gerne ihre Stellwerke weiter zentralisieren. Sie möchten eigentlich die zentralen Funktionen der Stellwerke, die heute verteilt sind über die gesamte Republik, die möchten sie in zwei oder drei Rechenzentren unterbringen. Und das ist nicht nur KundeDB, das sind weltweit die großen Kunden. Da sind wir auch schon dabei. In der Schweiz läuft das erste Stellwerk in der Cloud. Und wir haben auch IP-basierte Stellwerke, sind wir auch mitführend. Aber man muss bei der Bahn jetzt, ich glaube in anderen Industriezweigen könnte es ähnlich sein, auch mal auf die Situation im Feld gucken. Und dass wir trotz der Digitalisierung vielleicht auch noch nicht ganz so weit sind, wie wir sein möchten. Deswegen, um, sagen wir mal, vielleicht auch die Situation da noch mal zu beleuchten, möchte ich noch mal auf das Beispiel vom Stellwerk Mülheim hinweisen. Das wird in der Liste. Das war mir auch gar nicht so geläufig, aber das ist ein zentraler Knotenpunkt im Ruhrgebiet. Und im Jahr 2015 gab es dann Feuer in dem Bedienraum. Und dann kommt die Feuerwehr mit so großen C-Rohren. Und das ganze Relaisstellwerk, das da stand, ist abgesoffen. Also konnte nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Aber natürlich hat es eine Menge Verspätungen gegeben, Betriebseinschränkungen, weil man eben kein Stellwerk mehr hatte. Und wer das in der Zeitung verfolgt hat, der weiß auch, was da wieder gebaut wurde. Innerhalb eines halben Jahres wurde dasselbe Relaisstellwerk wieder aufgebaut. Weil das insgesamt vom Hintergrund aller Cloud-Techniken, aller Digitalisierung und so weiter die schnellste Option war und der Kunde sehr schnell wieder in Betrieb gehen wollte. Gut, das hat natürlich mit IT-Security nichts zu tun, sondern mit Digitalisierung. Deswegen gucken wir mal jetzt drauf, was das Problem eigentlich ist. Und ich erkläre es meinen Studenten immer an dem Beispiel der Flugzeugtür. Sehen Sie hier rechts, das ist die Cockpit hier im Flugzeug. Da sieht man, dass sich Safety und Security erstens optimal ergänzen müssen und zweitens, dass nicht alle Konflikte zwischen Safety und Security immer ausgeräumt werden können. Denken Sie an die Situation von 9-11. In meiner Jugend war es ein Höhepunkt eines jeden längeren Fluges, dass man, wenn man nett zum Bordpersonal gewesen ist, dann durfte man während des Fluges zu den Piloten ins Cockpit. Tür war offen. Also Safety war 100% erfüllt. Wenn es einem Piloten mal schlecht ging oder irgendetwas da war, konnte das Bordpersonal ins Cockpit. Security, wie wir wissen, natürlich sehr schlecht. Was hat man nach 9-11 gemacht? Man hat die Cockpit-Tür verschlossen. Na ja, das war nur zeitweilig eine Lösung, weil dann gab es ein paar Jahre später den Helios-Flug, ich glaube 522. Lange Vorgeschichte mit vielen Ursachen, aber lange Rede kurzer Sinn. Auf einem Flug von, glaube ich, Kreta in Richtung Europa sind aus verschiedensten Gründen beide Piloten ohnmächtig geworden. Die Cockpit-Tür war verschlossen. Der Autopilot fliegt dann seine Route ab. Die endete über Athen und bleibt dann auf, in diesem Fall war es auch mit Druckabfall, Druckabfall auf 3000 Meter Höhe und kreiselt lustig über Athen. So, und dann kommen die Abfangjäger. Dann kommt die Entscheidung, muss dann gefällt werden, wie in diesem Theaterspiel, glaube ich, Terror ist das, glaube ich, schießt man das Flugzeug ab oder nicht. Und in diesem Fall ist das Flugzeug in einem Berg zerschellt. Also musste man ein System haben, oder sagen wir, in diesem Fall andersrum, wir hatten jetzt 100% Security. Es konnte keiner eindringen, aber wir hatten keine Safety. Also hat man ein System gebaut, mit dem man da sozusagen ein elektronisches Türschloss eingebaut hat, mit dem man sozusagen Öffnungswünsche anmelden kann. Aber natürlich im Fall, dass Terroristen da in der Maschine sind und ins Cockpit wollen, muss der Pilot eine Möglichkeit haben, das zu übersteuern. Das heißt, jetzt denken Sie an German Wings. Da war ein wahrscheinlich selbstmordgefährdeter Pilot alleine im Cockpit, hat diese Öffnungskommandos übersteuert und hat das Flugzeug eben auch zum Absturz gebracht. Gut, seitdem gibt es verschiedene Prozeduren. Also manche Fluggesellschaften machen das, dass sie dann ein Besatzungsmitglied ins Cockpit schicken, wenn einer der Piloten mal raus muss. Andere verbarrikadieren die Tür mit so einem Speisewagen, hätte ich gesagt, mit so einem Tray. Aber ob das jetzt die beste Lösung ist, weiß man auch nicht. Was man hier daraus lernen kann, ist also Safety und Security beeinflussen sich gegenseitig. Und ob das jetzt die optimale Lösung ist, die wir heute haben, das werden wir noch sehen. Also Wechselwirkungen sind auf jeden Fall da. Manche unserer Kunden oder auch unserer Behörden, wie hier das Department of Transport in England, haben ganz klar gesagt, if it's not secure, then it's probably not safe. Das heißt, wenn wir keine Security haben, dann müssen wir auch möglicherweise Abstriche bei der funktionalen Sicherheit in Kauf nehmen. Aber das Problem ist eigentlich, dass Safety und Security eben hier wie gezeigt unterschiedliche Ziele haben. Sie haben unterschiedliche Behörden, unterschiedliche Technologien, sie haben verschiedene Communities. Auch beim DKI gibt es da unterschiedliche Arbeitsgruppen. und natürlich auch unterschiedliche Standards. Standards, hier nochmal ganz kurz dargestellt, aus der Eisenbahnwelt. In der Industrieautomatisierung sieht es anders aus. Da gibt es halt Überlappungen. Wir haben bei uns den übergeordneten RAMS-Standard, Verfügbarkeit, Sicherheit, Wartbarkeit und so weiter, die 126, Teilgebiet davon die funktionale Sicherheit. Wir haben noch keinen IT-Security-Standard oder keine Guideline, die schreiben wir im Augenblick gerade. Wenn man das jetzt auf die Industrieautomatisierung meinetwegen rüber netten würde, würde man hier die 61508 und die 6243 haben. Aber wir haben ganz klar überlappende Bereiche und die beiden Welten sozusagen stehen irgendwie in Kontakt. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Prinzipien, die wir da rausgearbeitet haben. Das erste Prinzip ergibt sich eigentlich aus meiner Vorrede schon. Also Safety und Security sind wirklich unterschiedliche Disziplinen und sie sollten erst mal auch unterschiedlich behandelt werden, denn sie haben ihre eigenen Randbedingungen. Und was man hier vielleicht noch herausarbeiten muss, ist, dass eben vor allem das Umfeld in der Safety sich ganz langsam ändert, während sich das Umfeld in der Security ganz schnell ändern kann. Das heißt, wenn ich heute einen Hack habe, der vorher noch nicht bekannt war, da kann es sein, dass ein System, was ich bis heute als Secure geglaubt habe, morgen vielleicht schon gefährdet ist. Denken wir an Meltdown oder an Crack. Das passiert da. Also in der Safety gibt es das selten, würde ich mal sagen. Da ändern sich die Randbedingungen auch, aber eben doch sehr langsam, wie zum Beispiel im EMV. Und natürlich, wir haben noch den großen Unterschied, dass in der Security normalerweise fast alles, was uns da bedroht, wirklich absichtlich passiert. Da steckt jemand dahinter, meistens ein Mensch oder eine Maschine von Menschen programmiert, während wir es bei der Safety zwar auch mit menschlichen Fehlern, aber doch eher unabsichtlichen zu tun haben oder mit irgendwelchen physikalischen Affekten. Deswegen, um es plakativ, das ist sozusagen, wie es meinen Studenten zeigen würde. Also der Safety Expert ist ein ganz anderer als der Security Expert. Den Safety Expert, den würde ich mal vergleichen mit so einem gutmütigen Bernhardiner, bewegt sich relativ langsam, ist relativ treu, massiv, der hat schon einen gewissen Einfluss. Und wenn man hier auch guckt auf diesem schönen Bild, er hat noch immer eine Rückfallebene dabei, in diesem Fall am Hals. Da denkt der Safety Expert auch immer dran, was passiert denn eigentlich, wenn mein System nicht mehr funktioniert. Dagegen der Security Expert, nochmal plakativ, das ist eigentlich der hier, der hat immer die Ohren gespitzt und der muss sozusagen jederzeit bereit sein, auf sich ändernde Randbedingungen zu reagieren. Aber deswegen, wie gesagt, die erste Botschaft ist meiner Sicht, man muss diese Disziplinen wirklich erst mal trennen, natürlich, um sie nachher zu koordinieren. Aber wie gesagt, wir sollten jetzt nicht anfangen, das alles durcheinander zu schweißen, auch schon allein wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und der unterschiedlichen Randbedingungen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was haben die Disziplinen denn gemein, dann kann man sich das so vorstellen, das ist auch in den IEC-Richtlinien jetzt drin, wenn man es aus Sicht der Security anguckt, dann gibt es so ein paar Essential Functions, also notwendige oder wichtige Funktionen, die ein System bringen muss. Dazu gehört die Safety, die Verfügbarkeit, vielleicht die Performance, was auch immer. Und man kann für diese sozusagen Essential Functions, kann man Security als Umgebungsbedingung auffassen. Das heißt, gucken wir uns mal aus Sicht der Safety an. Ich brauche eigentlich aus Sicht der Safety um meine Safety Funktion herum eine Art Schutzschale, durch die mich die Security vor der Umgebung, also vor der bösartigen Umgebung schützt. Und wenn man sich genau anguckt, jetzt bleiben wir bei der RT Security mal, gehen wir von der physischen Security vielleicht nochmal weg, Wodurch kommen eigentlich normalerweise die Bedrohungen zustande? Und wenn man sich das genau anguckt, dann sind das Schwächen, vor allem in der Software, vielleicht auch andere systematische Schwächen, die sind zu Anfang noch nicht bekannt, sonst würde man das System ja gar nicht so in den Markt bringen, sondern die kommen im Lauf der Zeit dazu. Und sie sind aber systematischer Natur. Also, wenn ich eine Schwäche in einem System habe und ändere es nicht, dann ist diese Schwäche von Anfang an da. Sie ist vielleicht nicht bekannt und sie ist auch nicht ausgenutzt worden, aber sie ist von Anfang an da. Und wenn man da die Parallele zieht zur Safety, dann kann man sehen, dass das so ähnlich ist wie mit Softwarefehlern in der Safety. Sie sollten ja nicht da sein. Wir versuchen, diese ganzen Fehler zu vermeiden. Aber wenn wir mal einen sicherheitsrelevanten Mangel in einem laufenden System haben, dann ist es normalerweise so, dieser Mangel war auch von Anfang an da. Der einzige Unterschied ist, es sind meistens niemals diese Umgebungsbedingungen, die den Mangel oder den Fehler triggern, eingetreten. Und das ist ähnlich in der Security. Da habe ich auch die Umgebungsbedingungen. Nur die Umgebungsbedingungen sind für mich in diesem Sinn sozusagen bösartig, während sie in der Safety eher gutartig sind. Oder man kann auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen abschätzbar, was sich in der Umgebung des Systems tut. Lange Rede, kurzer Sinn. Was kann ich hieraus mitnehmen? Also A, Security kann als eine Umgebungsbedingung gesehen werden für Safety, genau wie EMV oder irgendwelche anderen Umgebungsbedingungen, die ich brauche, damit meine funktionale Sicherheit ordentlich funktioniert. Und das Zweite ist, im Wesentlichen gibt es eine starke Analogie zwischen systematischen Fehlern in der Safety-Software und Vulnerabilities in der Security. Meistens auch Software, könnten auch andere Effekte sein. Sodass man sagen muss, die Gemeinsamkeit ist, dass ich auch in der Security, und zwar nur da, diese systematischen Fehler, die zu den Vulnerabilities führen, vermeiden muss. Es gibt in der Security nicht diese zufälligen Ausfälle oder Störungen, wie in der Safety, die ich da berechnen kann. Es gibt eigentlich nur hier systematische Fehler als Grundlage von Vulnerabilities. Deswegen meine Eingangsrede nochmal aufnehmend. Also will ich es jetzt erweitern im dritten Prinzip. Also ich möchte gerne Safety und Security so weit separieren wie möglich. Aber wir brauchen eine Koordination dazwischen. Denn natürlich, Safety stützt sich auf Security ab. Wenn ich ein Safety-System habe in einer bösartigen Umgebung und meine Security-Schale ist sozusagen beschädigt oder nicht intakt, sagen wir mal, hat das Rückwirkung auf die Safety. Aber ich muss natürlich vermeiden, gerade bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dass jedes Problem in meiner Security gleich auf die Safety durchschlägt. Also überlegen Sie einfach mal so ein Safety-Case oder Sicherheitsnachweis, wenn man den mal hat, mal durchbekommen hat, den möchte man möglichst lange am Leben haben. Der kann Jahre oder Jahrzehnte unverändert fortbestehen. Und die Software, sozusagen der goldene Code, der goldene Safety-Code, der wird auch sehr ungern geändert. Aber da ist die Security eben auch anders. Die möchte am liebsten doch wöchentlich, monatlich patchen. Und jetzt brauche ich also eine effektive Koordinierung, damit Safety und Security sozusagen koexistieren können. Und aus meiner Sicht gibt es da ein paar Prinzipien. Also wie gesagt, wir sollten nicht die Security oder auch die Security-Argumente in die Safety reinholen, genauso wie die Security-Leute nicht die Safety-Arbeit machen sollten und auch nicht entscheiden sollten, was nun safety-relevant ist von der Security oder nicht. Was wir brauchen, wir brauchen klare Requirements von der Safety an die Security. Das heißt, welche Eigenschaften sind wirklich safety-relevant und welche nicht? Weil daraus ergibt sich schon, wenn die Security nicht safety-relevante Sachen patchen oder ändern möchte, dann ändert sich mein Safety-Case eben nicht, sondern ich habe einfach nur einen Patch in irgendeiner Security-Funktion. Und der Safety-Experte unterstützt zwar die Security-Leute zum Beispiel bei der Bewertung, ob irgendwas safety-relevant sein könnte. Er entscheidet aber aus meiner Sicht nicht, ob irgendeine Security-Maßnahme ausreichend ist. Das weiß ich, das mögen, möchten manche Safety-Leute sehr gerne da mitreden oder vielleicht auch den Security-Leuten mal zu zeigen, wie man das eigentlich macht. Aber meine Meinung ist, das können die schon alleine. Da haben wir Standards, das können die besser. Da gibt es Zertifikate. Die muss ich als Safety-Mensch nur entsprechend einbinden. Und am Ende, wie gesagt, muss ich die Konflikte auflösen. Also ganz einfaches Problem. Ich habe heute, sagen wir mal, eine Datenverbindung. Da funktioniert alles. Meinetwegen stellen wir uns ganz einfach vor, nur ein Kabel. Und das möchte ich jetzt ersetzen, aus welchen Gründen auch immer. Da möchte ich eine öffentliche Leitung einsetzen oder ich möchte irgendwo durchs Internet gehen, wie auch immer, weil ich von weiter entfernt fernsteuern möchte. Und ich mache nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich setze da jetzt zwei Security-Boxen auf beiden Enden hin, die, sagen wir mal, diesen Link einfach verschlüsseln oder irgendwas in der Richtung macht. Also eine Art Gateway. Naja, das Erste, was ich jetzt erkennen muss, ist, wie sieht es denn mit der Performance zum Beispiel aus? Wenn ich Latenzzeiten habe, also sicherheitsrelevante Reaktionszeiten, dann müssen die natürlich gewahrt bleiben, obwohl ich jetzt eine Security-Box noch da zwischengesetzt habe. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, das wäre jetzt zum Beispiel der Fall bei Ihrem Stellenwerk, das in der Cloud ist. Zum Beispiel, da könnte man, genau, da wäre so ein anderes Fall, genau. Wobei das mit der Cloud ist noch was anderes, aber der Stellenwerk könnte weit entfernt sein, ganz klar. Also ich habe erst mal sicherheitsrelevante Reaktionszeiten, die ich checken muss. Das Zweite, was ich auch noch habe, ich habe natürlich meine Verfügbarkeit dadurch auch geändert, dass ich neue Hardware reingebracht habe. Das heißt, ich muss gucken, ob meine Verfügbarkeit als weitere Essential Functions, ob die noch gewahrt ist. Die wird auf jeden Fall schlechter. Heute sind die Systeme sehr viel besser geworden, aber früher war es schon eine große Frage, welchen Algorithmus ich zum Beispiel mit der Leisten kann in der Security, damit meine Reaktionszeit noch hinkommt. Und deswegen kann auch zum Beispiel von der Safety über Reaktionszeiten und weitere Sachen können also auch Security-Anforderungen oder Anforderungen in der Auswahl der Algorithmen und so weiter dazukommen. Ich will das nur mal als Beispiel sozusagen dafür stehen lassen, dass man das koordinieren muss. Können wir aber gerne nachher nochmal diskutieren. Ich glaube ein No-Brainer ist, dass wir das auf Grundlage von internationalen Standards machen wollen. Das kommt schon daher, weil wir zum Beispiel eine international arbeitende Firma sind, wie viele andere, und die Kunden möchten auch gerne international ausschreiben. Das heißt, ich glaube, die meisten haben sich mittlerweile auch wie in der Bahn darauf geeinigt, dass wir die 62443 als Grundlage nehmen. Aber wenn man sich die anguckt, dann sieht man natürlich, erstens ist noch nicht alles fertig. Zweitens wird einiges schon wieder angepasst oder erweitert. Und deswegen haben wir uns in der Bahn auch entschlossen, diese Norm grundsätzlich zu nehmen, aber nochmal eine eigene Guideline zu schreiben für manche Sachen, die vielleicht bahnspezifisch sind. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich hier in diesem Kreis nur umstritten sein. Jetzt vielleicht noch ein paar technisch detailliertere Prinzipien, auf die ich nicht in allen Details eingehe. Können wir gerne diskutieren, die wir aber auch schon motiviert haben durch den etwas längeren Aufgalopp. Also nochmal rausarbeiten, also die Threat and Risk and Analysis ist die Bedrohungsanalyse, also die Hauptschnittstelle zur Safety-Analyse. Die Safety muss da reingeben, was für Requirements die Security erfüllen muss. Sie muss auch mithelfen, den Security-Leuten zu beurteilen, was safety-relevant werden könnte. Aber die Threat and Risk and Analysis wird ganz klar nach Vorgaben der Security gemacht, nicht nach Vorgaben der Safety und im Endeffekt kann man sehr erfolgreich damit arbeiten, dass man Security-Zertifikate anerkennt und die dann in die entsprechenden Sicherheitsnachweise einarbeitet. Das nächste Prinzip hat sich auch schon motiviert, es handelt sich bei der Security, bei den Vulnerabilities um systematische Fehler, ob sie zu Anfang bekannt sind oder nicht, sind auf jeden Fall drin. Es handelt sich auch bei den Gegnern in der Regel um Menschen, also keine Maschinen oder irgendwelche Umwelteffekte, das heißt ganz klar, diese sind nicht so probabilistisch zu bewerten wie meinetwegen irgendwelche Ausfallraten in der Safety. Das haben wir in der Bahn zum Beispiel auch ganz klar festgelegt, also Security wird nicht quantitativ bewertet, Security wird qualitativ betrachtet wie der systematische Teil vom Safety Integrity Level in der Safety, also keine Quantifizierung und große Diskussion wie hängen den Safety und Security Ziele voneinander ab. Da gab es schon viele Vorschläge, wenn ein System SILX hat, muss es dann immer SLY haben oder umgekehrt. Da haben wir eine sehr detaillierte Analyse gemacht in der Bahn, da gibt es auch eine Veröffentlichung, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Da muss man leider erkennen, dass diese Ziele wenig miteinander zu tun haben. Der einzige größere Link ist zwischen diesen beiden Zielen wenn ich ein sicherheitsgerichtetes System habe, dann muss ich notgedrungen schon aus Safety Gründen viele Elemente von Security Level 1 erfüllen, weil ich muss ja mit vorhersehbarem Missbrauch umgehen. Und der Security Level 1 bei der 62 443 ist im Wesentlichen so definiert, dass es da gar nicht um so einen richtigen bösen absichtlichen Angreifer geht, sondern eher um Fehler und Missbrauch von Systemen. Das heißt, da steckt der Teufel auch im Detail, aber das ist der einzige Zusammenhang, den man wirklich belastbar da herausarbeiten kann. Gut, zum Abschluss nochmal wirklich das größte und schwierigste in der Security ist, wir brauchen ähnlich wie in der Safety wirklich eine andauernde Zusammenarbeit von allen Stakeholders, wie immer sie genannt werden. Das sind jetzt mal die aktuellen Diskussionsvorschläge. Ob die nun Asset Owner oder Betreiber heißen, das ist vollkommen egal, wie die Systemintegratoren dann heißen, wie viele es gibt, wie der Product Supplier da rein spielt, das ist völlig egal, aber genau wie in der Safety müssen die alle zusammenarbeiten und sie müssen aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeit auch noch ein bisschen schneller und agiler zusammenarbeiten als in der Safety. Das ist für Safety nichts Unbekanntes, aber vielleicht das Tempo und die Art der Zusammenarbeit ist hier vielleicht noch ein bisschen anders in der 62 4 3 als in der 61 5 8 oder bei uns in der 50 129. Gut, damit, ich will mal versuchen, dass ich in der Zeit bleibe, komme ich auch schon zur Schlussfolgerung. Also wie gesagt, gerade für die Safety-Leute, Security-Leute wissen das vielleicht schon, aber Botschaft ist, also die Security-Prinzipien, was wir da machen müssen, die müssen wirklich zukünftig Teil unserer DNA werden, sonst können wir keine erfolgreiche Digitalisierung gestalten. Also meine Hauptbotschaft ist, keine Digitalisierung ohne Security. alles das, was unsere Kunden nicht nur in der Eisenbahnautomatisierung, sondern auch woanders wollen, also 24-7 Remote auf Komponenten zugreifen, Komponenten updaten, Sachen in einer Cloud zentralisieren oder die modernste Kommunikationstechnologie einsetzen, das geht alles nicht ohne Security. Aber wie gesagt, mit Bedacht, mit einer effektiven Koordinierung, Sonst holen wir uns die Security-Probleme alle in die Safety rein und umgekehrt und ich glaube, das wollen wir nicht und das können wir auch vermeiden. Also in diesem Sinn stehe ich Ihnen gern für Fragen oder auch sonst zur Verfügung. Das, was ich hier gesagt habe, ist auch schon als Artikel erschienen, das kann ich Ihnen auch gern zur Verfügung stellen, wenn Sie es nochmal nachlesen wollen. Aber ich gebe damit mal zurück an den Moderator einen langen Grund. Ah, hier ist eine Frage, ist noch gerade aufgekommen. Wie lange bleibt denn der IT-Security-Nachweis nach 62.443 gültig? Also ich vermute mal, auch wenn man eine Gültigkeit draufschreiben würde, es würde wahrscheinlich praktisch so lange gültig bleiben, bis die nächste Wollend-Reability-Auftritt im Produkt. Also ich schätze, das ist schneller als jede Frist, die wir draufschreiben können. Aber wir brauchen da eben auch ein effektives Verfahren, um sozusagen mit den Vulnerabilities umzugehen. Das heißt, wenn ich dann natürlich schnell irgendwelche mitigierenden Maßnahmen treffen kann, dann kann mein Security-Nachweis möglicherweise auch mit weiteren Maßnahmen Auflagen gültig bleiben. Aber wie gesagt, würde ich aus Safety-Sicht gar nicht jetzt irgendwie hier vorgeben. Ich würde einfach sagen, das definieren die Security-Leute oder die Security-Behörden und danach richten wir uns einfach an das Safety. Jetzt ist die nächste Frage. Gibt es verbindliche Leitlinien für IT-Security Audits? Da muss ich leider passen, da bin ich überfragt. Da wird aber bei IEC, glaube ich, oder bei ISA was ausgearbeitet. Also ISA Secure und ich meine auch jetzt Teletrust und wie heißt die neue Aktivität noch? Ich glaube Security-Profile bei 931.1 die die Prüfinstitute leiten. Also da könnte was rauskommen. 931.1 ist das DKE Unterkomitee, das sich damit befasst. Ja. Da haben sich die Prüfinstitute zusammengetan und ich meine die wollen dafür verschiedene Produkte eben einmal die Anforderungen sammeln aus der 20443 die wirklich wie dieses Produkt gelten und daraus könnten sich dann auch Prüffragen ergeben, aber ich glaube Verbindliches gibt es da noch nicht, es sei denn vielleicht von den Security-Behörden. Das ist so, jetzt gibt es die nächste Frage. Machen Sie bei der Bahn Standards Rebellion nur am Kundenprojekt? Sowohl als auch. Also die Situation ist ja etwas kompliziert. Denken Sie mal daran, wir machen ja Anlagenprojekte weltweit. Da gibt es immer eine nationale Security-Behörde und die verlangt auf jeden Fall für das Kundenprojekt eine umfangreiche Analyse, meistens in Zusammenarbeit mit dem Kunden, das muss ich ans IT-Security-Management des Kunden auch einbetten und von dem nachher auch geleistet werden können, was da rauskommt, aber für alle ich sag mal vorgefertigten Produkte machen wir das natürlich generisch auch, denn daraus ergeben sich ja direkt Anwendungsbedingungen jetzt sehe ich gerade nichts mehr so ein bisschen scrollen so jetzt kommt ergibt sich doch zum einen Trennung von Security-Behörde zum anderen Security-Behörde Also was darüber geht ist von der Safety die Requirements die also abzudecken sind und die auch als erledigt oder abgehandelt zurückgemeldet werden müssen oder entsprechende Auflagen zurückkommen müssen aber die Security-Aktivitäten werden nur einmal gemacht die werden in der Security gemacht nicht in der Safety nochmal die Safety nimmt die Ergebnisse entgegen die können daraus bestehen so nach dem Motto ein Nachweis dass diese Anforderung einfach erfüllt ist sie können auch darin bestehen die Anforderung kann erfüllt sein aber nur unter den Randbedingungen dann muss man das in der Safety als Anwendungsbedingungen eben mitverfolgen aber es soll nicht doppelt gemacht werden so hier haben wir noch eine Frage gibt es Leitlinien für die Gestaltung von Safety um den Aufwand und die Langlebigkeit der Security zu optimieren Ja ein Bahnkollege Herr Pock schönen guten Morgen Ja da arbeiten wir gerade dran also ich hatte ja gesagt wir haben die WG26 bei Cenelec jetzt gerade die sich auch um sowas Gedanken macht da ist der Kollege Christian Schlehuber bei Ihnen im Haus der Geld das heißt die Security soll die Safety schützen nicht andersherum das heißt erstmal der Flow wäre von der Safety an die Security aber es könnte aus diesen Requirements eben zurückgemeldet werden ich kann das Requirement nur erfüllen wenn du die folgenden Randbedingungen bereitstellst ja also es könnte abgeleitete Requirements von der Security an die Safety geben also nach dem Motto ich fordere irgendwie sagen wir mal zwei Faktor Authentifizierung von der Security aus irgendeinem Grund die Security kann es nicht leisten die sagt ich kann nur ein Passwort leisten aber wenn du noch eine Tür nach Standard sowieso mit einem Schließsystem Marke X spendierst dann können wir das als gleichwertig ansehen dann muss halt die Safety sagen okay das darf einen abgeschlossenen Kabinett Raum oder so stehen so hier haben wir noch eine Frage nach dem Verständnis dass die funktionale Sicherheit unter Umständen von Menschen selbst als von einer Security Instanz abhängt und ob sie wenn das so ist ob sie auch Beispiele nennen können also jetzt hier steht die funktionale Sicherheit da gleicht die von Menschen ab die hängt von jedem Softwareentwickler ab die hängt von jedem Menschen im Betrieb ab der eine sicherheitsrelevante Handlung ausführt also natürlich also der Fall dass wirklich die funktionale Sicherheit kommt oder dass die Sicherheit komplett sagen wir mal unabhängig von Menschen wäre also das wäre die absolute Ausnahme hier kam noch eine Frage das war eine ach das war eine Chatnachricht beim Thema Safety von Maschinen wird die Hauptverantwortung dem Hersteller beim Infekt herbringen zugeschrieben bei wem sehen Sie die Hauptverantwortung beim Thema Security das ist eine super Frage also ich würde das jetzt darf ich noch mal kurz die Maus ich würde das jetzt nach diesem Bild hier hinten was ja auch jetzt in die die 2043 reinkommen soll würde ich das ein bisschen aufsplitten am Ende die Verantwortung für den Betrieb hat natürlich in der Security immer der Asset Owner aber wir sehen hier schon hier gibt es einen Product Supplier unten der sozusagen vorgefertigte Produkte in den Markt bringt und der hat natürlich für die zugesicherten Eigenschaften die er da verspricht da hat er die Verantwortung also wenn da jetzt irgendein Algorithmus falsch implementiert ist und deswegen ein Hack erfolgreich sein kann dann ist das aus meiner Sicht aber ich bin kein Jurist die Verantwortung des Herstellers wenn natürlich der Asset Owner oder wer immer das betreibt das System sich nicht an Wartungs- oder Installationsvorschriften hält also nehmen wir mal das Beispiel der Product Supplier hat da unterstützt Passworte sagen wir mal weil das ausreicht für SL2 und der macht auch Vorgaben was der Asset Owner da machen sollte im Betrieb aber aus irgendeinem Grund führt der Asset Owner das nicht durch das heißt die Maschinen laufen alle mit dem Default Passwort dann würde ich sagen sind das die ist das die verantwortung des Asset Owners so es sind noch vier weitere Fragen gekommen wird die VDI ZERT Datenbank für die Erkennung von Threads auch bei der Bahn genutzt oh das weiß ich nicht muss ich Ihnen ehrlich sagen also unsere in der Firma wir wir kommen das von unserem eigenen ZERT das kann ich leider nicht beantworten ok und dann noch eine Frage zur 62443 welche Erfahrungen gibt es mit Übertragung von Common Criteria oder IT Security Zertifizierung auf Basis der IEC 62443 also im Augenblick wäre mir noch gar keine Zertifizierung nach 62443 bekannt es mag vereinzelt welche geben wir haben erfolgreich gearbeitet mit Common Criteria Zertifizierung wobei man da immer ins Kleingedruckte gucken muss vielleicht als Geschichte wir haben mal eine Komponente schnell auswechseln müssen und eine Common Criteria 4 plus zertifizierte Komponente eingekauft das sah alles sehr gut aus die erste Überraschung war es war nur die Software zertifiziert also nicht die Hardware die zweite Überraschung war es war nur ein Teil der Software zertifiziert und eine Funktion die wir brauchen war nicht zertifiziert vom Prozess her hat das alles sehr gut geklappt es war aber sehr schwerfällig und da hoffen wir uns dass die 22.4.3 vielleicht vom Prozess ähnlich ist wie Common Criteria aber etwas leichtgewichtiger hier haben wir noch eine Frage zur Betriebsbewertheit das ist ja in der funktionalen Sicherheit ein bekanntes Vorgehen gibt es sowas auch für die IT Security also ich bin da sehr skeptisch weil wenn sie gucken das sind systematische Fehler die sind vom ersten Tag an drin in der Software in der Safety genau wie in der Security jetzt kann das System zig Jahre laufen das haben wir auch schon gehabt ohne dass in der Safety die entsprechende Bedingung getriggert wurde oder es kann auch zig Jahre laufen ohne dass jemand einen Hack gefunden hat aber die Schlussfolgerung ähnlich wie bei der Hardware zu sagen es hat jetzt zehn Jahre in tausend Einheiten funktioniert es hat nie einen Hardwareausfall gegeben und so weiter und so fort das würde ich für die Software und für die Security nicht unterschreiben nicht ohne weiteres so jetzt haben wir noch eine Frage was sollten Hersteller von sicherheitsgerichteten Sensoren heute schon implementieren damit die Sensoren den Security Anforderungen genügen das ist eine sehr gute Frage ich würde mal sagen das müssten sie aus ihres Red and Risk Analysis erkennen also es gibt keinen das gibt also allein der Begriff Sensor ist ja ganz weit so jetzt haben wir doch eine ganze Menge Fragen gehabt und wenn jetzt nichts weiteres kommt dann sage ich Dankeschön ja von meiner sind auch vielen Dank und Tschüss das